Bestimmt nur eine Mücke oder so, oder vielleicht... Ist er nicht da? Nee, casual bongos. Und da sind wir wieder mit Kinders, bei Sister Location. Euch hat's ja sehr gut gefallen, ja. Deswegen werde ich hier nochmal den Rest einfach jetzt durchpimmeln, weil ich ein starker Mann bin, versteh ich? Kein Augenstab. Äh, halt. So. Soweit ich weiß, können wir jetzt sogar anfangen. Und es dann später fertig machen. Okay. Ich hab einfach alles so ein bisschen angepimmelt. Okay, okay, okay. Mann. Nein, 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 nein. Komm. Ah! Wer ist dieser Clown, der so komisch labert? Ich kenne mich doch so wenig aus. Keiner da. Geil. Sehr gut. Hör! Wer direkt vor mir steht. Oh mein Gott. Let's go back to our stage. Der war doch kurz direkt vor mir. Ha! You must be here, you silly. Ha ha. Ha! Okay. Hör! 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 Ist das jetzt so ein Secret Level hier oder was? Hör! Hör! Was habe ich denn jetzt hier gefunden, Leute? Ein kleines Kind wie süß! Tja, wo ist Throw ist die Frage, ne? Was ist denn jetzt? Hallo! Wie kann ich denn das jetzt werfen? Naja! So weit, so gut, meine Damen und Herren! Ich blicke jetzt leider nicht, wenn man irgendwas schmeißt, ich hab ja echt alle Tasten gedrückt, aber ich glaube, wir können jetzt trotzdem noch gewinnen hier, die ganze Show, so noch. Das ist ja wunderschön, am Schluss kommt bestimmt irgendwas ekliges. Huch! Schade, dass ich's in diesem Schweiß nicht blick, Slash, kann ich hier oben drücken und das andere auch, aber es passt nicht. Aber es passt nicht. Das hier fühlt sich an wie so ne, hängt einfach voll vom Glück ab. Es fühlt sich nicht, bei der Ballora war's ja eben noch so, dass man das steuern konnte, ne? Sie kommt, also bin ich leise. Alter. Ey, war jetzt direkt vor mir. Guck mal, wie er da mit seinem Mikrofon steht und es mir ins Gesicht schlagen will. Hey, Leute, gebt mir bitte mal einen Tipp, wie ich die Stelle hier gescheit hinbekomme. Ich hab jetzt erst eins. Alter. Hör auf jetzt. Nein. Ich hab zwei Dinger geschafft. Von 80 Millionen. Okay. Komm! Na! Ach Gott, ey. Ich fang an zu schwitzen. Ich hab schon drei geschafft, Leute! Ich bin voll gut! Ich hab sogar schon vier, das ist das fünfte. Leute, das macht mich fertig, das Spiel. Das macht mich echt fertig. Okay, nur noch zwei. Leute, mir schwitzen die Hände. Krass! Genau, geh back zu deiner Stage, Mann. Ich bin der Techniker. Weißt du, ich kümmere mich um die Dinger hier. Ich kümmere mich um die Leute. Verstehst du? Fuck, 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 komm! Ha! Oh, calm down. I think it was just a mouse. Ha! Nein! Fuck! Scheiße! Mann, ey, ich hab schon 80 Millionen gehabt! Du kannst ja mal den Buckel runterrutschen, Alter! Na! Scheiße! Also, kann mich jetzt trotzdem was überraschen? Ich weiß es nicht. You must hearing things, silly! Und vor mir steht jetzt ein riesen Bär, der mich kaputt schlagen will. Calm down and go back to sleep! No one is here! Okay, grün. Er labert neben mir! Oh Gott! Es ist nur noch eins, Leute! Bitte drückt mir die Daumen! Es ist nur noch ein Verschissenes! Ich weiß, es ist eine Aufnahme, egal! Drückt! Geh weg! Nein, es ist nicht safe, Mann! Ich hör doch, wie er hinter mir sein Messer schon schleift! Komm! Nein! Great job! This completes your tasks for the night! Please proceed back through the Ballora Gallery with care! And we'll see you back here tomorrow! Leck mich am Ärmel! Kinder! Ich wollte gerade sagen, Kinder, guck mal, ich zitter! Ich bin die verschissene Ruhe in Person, aber trotzdem! So, Ballora! Das wollen wir lieber konzentriert machen, bevor wir jetzt einen Fortschritt verlieren! Ist er nicht da? Is someone there? Nee! I can hear someone creeping through my room! Kannst du mich nicht hören? Perhaps not! Oh! Yay! Woo! Wir haben es wieder geschafft, Kinders! Enjoy some time at home! Zuhause mache ich immer das gleiche, weh! As the sun sets, so also does another chapter in the saga of love lost between Vlad and his distressed mistress. Can they be reconciled? Can their love rise again? That and more happening now! Clara, the baby isn't mine! It is Vlad! They had trouble catching him in the nursery today! For what? Lots of kids get hyper and run around and stuff! They had to knock him out of the air with a broom! I have to go! They're going to dock your paychecks! They can't do that! I'm a vampire! I don't get paychecks! You worked the graveyard ship at the fry me taco! Don't lie to me! Oh, the humanity! When will the heartbreak end? When will these two ships passing in the night rekindle their long lost love? Tune in tomorrow to find out! I would say, after this night, I would personally go to my boss and call him on the table. And say, boss, listen to me. Daddy, just want to let me go play with her? She's so pretty and shiny. Didn't you make her just for me? Welcome back to another pivotal night of your thriving new career where you get to really ask yourself, what am I doing with my life? What would my friends say? And most importantly, will I ever see my family again? We understand the stresses of a new job and we're here for you. To help you reach a more stable and relaxing frame of mind, we offer several musical selections to help make this elevator ride as relaxing and therapeutic as possible. We offer contemporary jazz, classical, rainforest ambience, as well as a wide selection of other choices. Using the keypad below, please type the first few letters of the musical selection you would prefer. Okay! It seems you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type and I will auto-correct it for you. Thank you for selecting casual bongos. Now that your elevator experience has been customized to your needs and you're thoroughly relaxed, it's worth mentioning that due to your lackluster performance yesterday, your pay has been decreased by a substantial amount. Please enjoy the rest of your descent. Wow! I'm really happy. Who needs money, who can come home and look flat? I'm really happy. Due to unforeseen malfunctions from today's shows, your nightly duties will require you to perform maintenance that you may or may not be skilled enough to perform. It became necessary for technicians to attempt to disconnect Funtime Freddy's Power Module. However, they were unsuccessful. Allowing them to try again would be an inefficient path forward, as we would need to allow six to eight weeks for recovery and physical therapy. You will need to reach the parts and service room on the other side of Funtime Auditorium to perform the procedure yourself. Let's check on Ballora first and make sure she's on her stage. Good. Irgendwie is it kaputt. Great. It looks like everything is as it should be in Ballora Gallery. Let's check. Great. It looks like everything is as it should be in Funtime Auditorium. There is no need to check on Baby tonight. Please refrain from entering unauthorized areas. Proceed directly to Funtime Auditorium. Why does it stop if we don't have a baby? Questions? Funtime Auditorium. Maintenance vent open. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason it's important to keep the room dark as to not accidentally activate her. You have been provided with a Flash Beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Wow. What was wrong there right next to me? How did it go? Oh! Na also! Wir haben noch mal eine Chance bekommen. Wie kann man jetzt die Scheiße schießen? Ich drücke echt alle Tasten, die es auf der ganzen Welt gibt. Nichts passiert. Schieß! Ähm... Ich hab mich ins Menü katapultiert. Mit F2 kann man sich übrigens zurück ins Menü katapultieren. Wer sich fragt, wie ich das gerade gemacht habe. Das haben wir doch recht easy hinbekommen. Würde ich einfach mal so von uns behaupten, ja? Kinder! Daumen nach oben. Sonst kommt Foxy bei euch vorbei. Was soll man dazu noch sagen, oder? Ich hin nicht erfinden, oder? Ich lese weiter verpassen, wie ich meine Reaktionen würde gutộcinden sehen.